Putin sucht Europa Ein Kommentar von Alexander Rahr Russlands Vorschläge von einer Korrektur der europäischen Sicherheitsarchitektur werden im Westen brüsk abgewiesen. Hesige Experten sind empört. Wie kann diese Möchtegern Großmacht Russland? Es wagen, Forderungen an den Westen zu stellen. Eine Unverschämtheit. Niemals würde die NATO auf ihre neue Einflusszone in Osteuropa verzichten. Dabei ist das russische Papier ein konstruktiver Vorschlag. Dort steht genau das drin, wie Russland sich die künftige Sicherheitsordnung in Europa vorstellt. Friedlich und kooperativ. Am Ende stünde die Idee eines gemeinsamen Raumes von Lissabon bis Ladevostok, dem viele in Westeuropa keineswegs abgeneigt sind. Statt sich zu entrüsten und Russlands Vorschläge ständig als Propaganda abzutun, sollte der Westen den Ball aufnehmen. Was schlägt Moskau vor? Drei wesentliche Dinge. Erstens, die Wiederherstellung der Abmachungen zwischen NATO und Russland von 1997, also keine Stationierung von schweren westlichen Kriegsgerät in Osteuropa. Zweitens, keine NATO-Erweiterung auf Länder des post-sowjetischen Raumes, auch keine NATO-Militärbasen auf post-sowjetischem Territorium. Letzteres nur mit Erlaubnis Russlands, wie in Zentralasien zum Kampf gegen den islamischen Terrorismus. Und drittens, atomare Abrüstung. US- und russische Atomwaffen dürfen sich denn nur auf eigenem Territorium befinden. Die Führer der westlichen Welt, allen voran Biden und Macron, schauen sich die Putin-Vorschläge an. Voreilige westliche Experten und Medien wollen sie am besten begraben. Doch nun liegen die russischen Vorschläge für das mögliche Treffen zwischen Putin und westlichen Staatschefs in NATO. Russland trat auf den Tisch. Zum 36. Jahrestag des Zerfalls der Sowjetunion hat Russland dem Westen nun seine eigene Sicht der Friedensordnung angeboten. Die, wenn man sich an die Rede Putins auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 erinnert, gar nicht überraschend neu ist. Nun ist es am besten, eigene konstruktive Vorschläge und konkrete Forderungen an Russlands zu stellen. Die aber nicht zur Verschärfung der Konfrontation führen dürfen. Westliche Politiker haben in der Vergangenheit immer wieder betont. Es gebe kein stabiles und prosperierendes Europa ohne Russland oder gar gegen Russland. Sondern nur mit Russland. Putin nimmt sie jetzt beim Wort. Statt auf der NATO sollte die Sicherheitsarchitektur Europas auf der OSZE aufgebaut sein. Wenn Biden, Macron und Scholz von dieser Idee überzeugt werden können, was heute noch illusorisch erscheint, kann der Verhandlungsmaatron zwischen Ost und West beginnen, ähnlich wie vor 50 Jahren beim Helsinki-Prozess. Er wird lange andauern, aber einen Dialog in Gang bringen, der zunächst friedensstiftend wirkt. Was am Ende rauskommt, vermag heute niemand zu sagen. Was passiert, wenn der Westen die russischen Vorschläge brüsk und rigoros ablehnt? Dann wird sich die Konfliktlage weiter verschärfen. Am schmerzhaftesten wird das die Ukraine zu spüren bekommen. Russland wird einen NATO-Beitritt der Ukraine mit allen Mitteln bekämpfen, bis zur Spaltung der Ukraine. Das Interesse Moskaus, die NATO vom post-sovjetischen Raum fernzuhalten, ist größer als die Angst vor den Folgen der Abschaltung Russlands vom globalen SWIFT-Zahlungssystem.